es ist okay es ist live es ist live ja er hat kein magnet und dann ein bisschen verteilen noch noch drin genau muss sich einstellen okay nicht gewohnt noch nicht gewohnt muss man fester nicht ganz fest das war so ein strahl plötzlich ja und jetzt schäumen komplett ruhig ja sani könntest du bitte kurz erzählen was für eine maschine haben wir da wir haben jetzt cube maschine eine begeisterung mit dieser maschine also kurz zu sagen das ist sanremo cube ganz neue maschine und wir versuchen einfach probieren wie funktioniert und dampfer ist nicht kalt oder man braucht nur spezielle gummi, damit wir nicht verbrennen aber für das ganze ist ganz viel ja finde ich auch ja ich würde das kaufen aber nicht in schwarz wieso nicht in schwarz ja weil ich grün mag wo grün ja es ist sehr gut geschaut also Qualität ist so gleich wie bei uns bei Café Racer oder bei Opera ist es gleich ja ich schicke ihn dir gleich ja ach Moment, Moment und schaust du ob wir kommen können also zwei tage vorher aber wir sind voll mit unserer Kunde hier und so alles ja 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 nicht so schlecht solche Kaffee kann man mit Sanremo Qualität von Milchschaum ist super kann ich sagen Sanremo Cube zu Hause bekommen ja das ist hier vorne umso ja es ist super ja ich fotografiere dir jetzt schicke ich hier zusammen ok ok supergeil und was sagen wir das ist super perfekt ich bin nachzutreten jetzt muss ich sein Gewalt ja 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 ich